Jeder kann ein Gemälde stehlen. Das Eröffnungsgebot liegt bei 5 Millionen Pfund. Man braucht dafür nur ein paar Muskeln. Und hat die Wagen! Lass! Aber kein Kunstwerk ist ein Menschenleben wert. Kein Scheiß weiter! Nein, nicht, bitte! Nicht! Kein Kunstwerk ist ein Menschenleben wert. Wo ist es? Ich weiß nicht mehr! Du hast mir auf den Kopf geschlagen! Ach, das weißt du aber. Etwas ist versteckt in mir. Was ist es? Die Erinnerung daran, was sie getan haben. Sind sie schon mal hypnotisiert worden? Was auch immer in seinem Kopf ist, sie kann's finden. Ich möchte, dass sie sich entspannend zahlen. Stop! Was können sie ihm suggerieren? Alles. Das war alles dein Plan? Ihr beide habt das gemeinsam geplant! Das war sie! Das ist nicht real! Es wird das Gemälde für sich allein! Ich glaub dir kein Wort! Wo ist es? Wieso hast du mich belogen? Die Erinnerung ist in einem Käfig eingesperrt. Mit genügend Kraft kann das Schloss aufgebrochen werden. Elisabeth, ich muss dir was sagen. Hörst du zu? Ich erinnere mich.